Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Gold-Tagebuch-Video. Wir wollen wieder gucken, was ich über die letzte Woche so ausgegeben bzw. auch eingenommen habe. Und da war ich wieder so mehr oder minder fleißig und habe wieder das ein oder andere ins Auktionshaus gestellt. Wir schauen einmal auf die Tabelle, was wir letzte Woche als Endstand hatten. Wir haben letzte Woche 7,3 Millionen Gold quasi plus gemacht, sind dann auf einen Endbetrag von 34.703.000 gekommen. Das ist unser Ausgangsbetrag. Ich habe jetzt gerade schon mal meine Chars gecheckt, was ich jetzt noch über habe. Im Postkasten ist ja auch wieder einiges drin, aber was ist jetzt so etwa der Endstand? Und zwar auf dem Main-Account habe ich noch 2,1 Millionen und auf dem Second-Account 18,185. Also zusammen so ein bisschen über 20 Millionen. Heißt, wir haben jetzt in der vergangenen Woche 14 Millionen Gold ausgegeben, also investiert. Und ich hoffe, dieses Investment hat sich ausgezahlt und wir haben wieder ein bisschen was reingeholt. Ich würde vermuten, Schätzung, die Woche hatte ich nicht sonderlich viel Zeit, oft zu reposten. Ich habe viel anderes Stuff-Zeug gemacht. Ich vermute, dass wir diese Woche nicht so viel eingenommen haben. Wenn ich die Woche 2,3 Millionen gemacht habe, wäre es schick. Wäre ich voll zufrieden mit, wäre um einiges weniger, aber sowas schätze ich. 2,3 Millionen, 4 wären schon echt ganz gut. Ich würde sagen, wir gucken mal rein. Also plus, die 14 Millionen, die müssen wir natürlich auch reinholen. Minus will ich keinen machen. Gut, jetzt schauen wir als allererstes. Hier bei meinem Main, da verkaufe ich hier die blauen 158 Items. Und ihr wisst, ich habe jetzt seit letzter Woche, also jetzt schon insgesamt in der zweiten Woche, habe ich einen Cut reingesetzt, habe gesagt, ich gehe nicht mehr auf den Markt ein. Scheiß drauf. Ich mache den Minimumpreis von 2.500. Da mache ich mit jedem Item Plus. Ich verkaufe wesentlich weniger. Ihr seht, ich habe nur 160 Items hier verkauft. Aber ich mache mit jedem Item Plus und mit manchen sogar ganz gut. Und gut ist, ich verkaufe nicht mehr die Menge, sondern ich verkaufe halt nur noch auf das, was wirklich was bringt. Weil es gibt hier so Leute, die hauen die Items für 999 Gold rein, was bei manchen dann noch 200 Gold Plus ist und bei manchen halt Minus, was halt Schwachsinn ist. Keine Ahnung, da gehe ich nicht mit. Aber so verkaufe ich auch was. Immerhin 160 Items. Und die meisten halt für die 2.500 minus halt die 5% Aktionshausgebühr. Aber zwischendrin sind dann halt auch was für 4.000. Auch die, seht ihr, für 9.000. Da haben wir dann nochmal einen größeren Gewinn drin. Da habe ich es dann hergestellt, vielleicht für 1.000, 2.000. Verkauf es für 9.000. Schicke Sache. Und die anderen Sachen, die stelle ich halt auch her für zwischen 500 Gold und 1.800. Wenn ich die für 2.500 verkaufe, habe ich auf jeden Fall auch nochmal einen Plusbetrag drin. Das nehmen wir jetzt mal alles raus. Gucken, was wir dann unterm Strich haben. Wir sind jetzt schon bei 300.000, gleich 400.000. Wie gesagt, im Verhältnis zu dem Legendary-Geschäft, das ich habe, sind es natürlich Peanuts. Aber das ist eigentlich schickfestes Gold, wo ich auch wenig resetten muss, was man mitnehmen kann. Für die Woche einfach nur diese blauen Items verkauft. Hier 541.000 ist nett. Und dafür habe ich echt wenig Aufwand. Das stelle ich teilweise nur einmal am Tag rein. Resetten brauche ich es eigentlich eh nicht, weil es eher eh günstigere Anbieter drin sind als ich. Aber ihr seht, ich verkaufe trotzdem was. Der Markt ist sehr gefragt tatsächlich. Die Leute kaufen für ihre Zwingungen wie blödes Zeug. Und ab und an rutsche ich dann mit rein und bin dann halt zufällig der günstigste Anbieter. Und dann verkaufen sie Sachen. Und dann nochmal hier über eine halbe Million mitzunehmen, ist, denke ich mal, nicht so verkehrt. So, jetzt gucken wir das an, wo es interessant wird. Und zwar hier auf meinem, ähm, auf meinem Monk. Da verkaufe ich ja die Legendary Sachen. Hier haben wir, ähm, oh, ach so, ich muss das Zeug noch, ich habe vorher gerepostet. Ich habe komplett vergessen. Oh, da sind die ausgelaufen? Die sind, glaube ich, ausgelaufen, die Sachen, oder? Muss man mal gucken. Ja, die hauen wir jetzt nochmal kurz rein. Ich wollte gerade sagen 500. Habe ich da was verpasst? Also hier haben wir noch ein paar mehr. Ich habe 454, nee, 53 Sachen tatsächlich verkauft. Und, ähm, da müssen wir mal gucken. Ich denke mal, pro Seite, also pro 100 Items, sind es immer zwischen 3 und, ähm, 4 Millionen. Millionen, also mal gucken, was da grob rumkommt. Wenn wir jetzt, ähm, mit 3,5 rechnen, ne? Also, ähm, mit 3,5 Millionen, wenn wir rechnen, mal 4,5, dann müssten das 15 Millionen sein, ne? Also wären wir nur haarscharf im Plusbereich. Wir haben ja gesagt, 14 haben wir ausgegeben. Mal gucken, ja, müssen wir mal schauen. Ich muss eins sagen, die Woche waren teilweise die Preise ein bisschen komisch, ähm, Schmiedeprodukte waren teilweise, habe ich kaum noch hergestellt, ne? Weil da einige Leute oder einige Akteure im Markt waren, die die Preise wirklich komplett runtergezogen haben. Da hat es sich fast nicht mehr gelohnt. Und Leder hat sich schon noch gelohnt, aber teilweise, ähm, ist der Lederpreis wieder explodiert, ne? Ich hatte ja vermutet, mit dem Trend, der die letzten Wochen so war, dass es immer weiter runterging, ne? Jetzt ist es wieder auf 1,2, teilweise war es ja schon auf 1.000 unten. Und jetzt die letzten Tage, Freitag und Samstag, war es tatsächlich so, dass der Hornbalk wieder auf 2,7, 2,8 teilweise hochgegangen ist hier auf Antonidas. Ich musste dann auch ein paar kaufen, habe dann aber nur noch wenige Items hergestellt. Deswegen habe ich auch overall nicht so viele Verkäufe. Und das war nicht so geil, ne? So, das haben wir nochmal reingeklopft. Jetzt würde ich sagen, ähm, wir schicken vielleicht, dass ich ein bisschen, obwohl ich kann es in hart nochmal rüberschicken, ne? Ist eigentlich auch egal. Nehmen wir das mal raus, was wir da jetzt dann, ähm, overall rauskriegen. Fangen wir mal hier an. Also ihr seht, das ist echt durchgemischt, ne? Es sind teilweise auch Kleinbeträge drin, mal 200 Gold. Da habe ich dann nochmal die 100, ähm, die 190er Items, die die Stufe 1 Stoffsagen, die ich noch verbanked habe. Da habe ich mal ein bisschen was reingestellt, dass ich einfach ein bisschen Platz auf der Bank habe. Und ja, jetzt gucken wir mal, was wir insgesamt hier rausziehen. Die 14 Millionen müssen wir auf jeden Fall decken. Und alles drüber ist dann halt Gewinn sozusagen. Ihr seht schon, so der, der Großteil von den Sachen ist halt, äh, auch auf 20 Gold, 20.000 Gold. Dann gibt es einige Sachen, die sind auch 100k wert, mal zwischendrin 30, 40, 50k. Viele Schneidersachen, die gehen extrem gut weg, weil die halt auch für das kleine Gold zu haben sind tatsächlich. Ich hoffe, dass wir dieses Mal im Plusbereich sind. Könnte sein, dass wir da nicht ganz so gut aufgestellt sind. So, jetzt haben wir das erste Cap hier. Dann würde ich sagen, das schicke ich jetzt schon mal rüber auf meinem anderen Char. Da, muss ich bloß gucken, wie viel wir hier noch frei haben. Wir haben hier gerade mal 2, 4, 2, 5. Also kann ich hier rüber schicken 7.500.000. Äh, nicht 7.000, sondern 7.500.000. Jetzt machen wir das mal. 7.500.000. Und, uh, mir schwant Böses, dass wir heute echt ein bisschen, bisschen Schmalhans haben hier. So, das müsste passen. Tela, das ist der richtige Char-Name. Dann nehmen wir das mal hier raus. So. Dann hoffe ich mal, dass noch ein Cap drin ist. Sonst kriege ich Probleme tatsächlich. 281 Sachen haben wir noch drin. Gucken wir mal. Aber hier sind auch ein paar größere drin, ne. Ihr seht 135, 142, 135. Das sind halt die Ledersachen, ne. Da kostet aber auch das Leder extrem viel. Da ist es tatsächlich jetzt nie so, dass ich da 100 Gold plus hab, sondern da kostet dann teilweise das Leder schon 100k, ne. Dass ich da Herstellkosten hab. Also deswegen muss man auch ein bisschen gucken. Da schwanken die Preise teilweise auch extrem. Mir ist auch aufgefallen, ähm, zeitweise wurde ein bisschen was resettet, was mir ja auch ein bisschen quasi in die Arme spielt, tatsächlich. Und ja, da muss man halt auch mal ein bisschen gucken. Aber ich glaub auch so, mein größter Konkurrent, dieser Tommy Shelby, der ja eigentlich immer auch ganz nett ist, mit dem haben wir ab und an geschrieben, ähm, der ist so ein bisschen weniger im Markt, ne. Da war ja unter anderem einer von denen, der wirklich alle 5 Minuten gerepostet hat. Und den seh ich jetzt weniger. Dafür seh ich viel mehr kleine, äh, einzelne Leute, die noch ein paar Sachen drin haben. Und ja, da, das macht natürlich die Konkurrenzlage nicht unbedingt viel besser. So, okay, jetzt haben wir hier nochmal, ähm, Cap drin. Nochmal hier die 10 Millionen. Was haben wir jetzt hier? 24. Auf den anderen. Ich denke, da muss ich doch im Plusbereich sein, oder? Hier haben wir auch nochmal. Das sind jetzt zusammen schon mal 34. Und dann haben wir hier nochmal knappe 4 Millionen drin. Ah, lagere ich mit meiner Schätzung, glaub ich, gar nicht so verkehrt. Dann, ähm, muss ich mal schauen, wo wir das jetzt zwischenlagern. Weil ich hab mit dem anderen, ich hab ja schon einen Lagerchar, der ja auch am Cap ist, mit dem ich selber was verkaufe. Da könnten wir theoretisch auch noch vorbeischauen. Ähm, mein Druid, der bei den Night Fae ist, mit dem verkaufe ich ja so ein bisschen Gerümpel. Ähm, da der ja auch am Gold Cap ist, konnte ich da leider, ähm, quasi nichts mehr aus dem Postkasten rausnehmen. Aber der, also er hat vielleicht 20.000, 30.000 in Postkasten. Also jetzt, so kleinen Gerümpelzeugen verkauft er halt, ne? Transmog und anderes Zeug. Nichts Großartiges, aber da der ja auch am Cap ist, war es da schwierig. So, wie viel haben wir jetzt hier noch drin? Hier sind knapp 4,4 drin. Dann hauen wir einfach jetzt mal, ähm, sagen wir einfach mal 5 Millionen, hauen wir jetzt mal rüber. Noch auf meinem Hexer. Momention, den Hexer, dem schicken wir nochmal 5 Millionen rüber. Dann müssten wir jetzt hier erstmal auch wieder Platz haben. Jetzt schauen wir mal. Ja. Boah, wenn ich mich mal verschicke, ne? So ein halbes, so ein halbes Gold Cap irgendwo auf einen anderen Char rüber. Es wäre natürlich, äh, unschön, wenn man das Gold verlieren würde. Games können es einem zurückschicken. Aber auch nur in der Zeit, wo es der andere noch nicht geöffnet hat. Sobald er das geöffnet hat, hast du, glaube ich, gelitten. Und kriegst es halt nicht mehr. Ne, mein TSM-Add-on müsste, müsste quasi motzen, wenn ich es an irgendeinem Char schicke, der nicht mir gehört. Aber, ähm, ja, ich hatte, ich hatte es auch schon, dass ich mich drauf verlassen habe, tatsächlich. Und dann hat es nicht funktioniert, weil, weil es irgendwie nicht vernünftig geupdatet war oder irgendwas. Und dann habe ich ein bisschen was verloren. Waren aber in dem Fall nicht, nicht Riesenbeträge, ne? Es waren nicht mehrere Millionen. Es waren, glaube ich, nur ein paar, paar Zehntausend oder, oder 100K oder sowas. Das ist trotzdem ärgerlich. Gut, ähm, ich glaube, ich habe es aber dann über ein GM tatsächlich wieder zurückgekriegt. Da hatte ich, hatte ich Lack gehabt. Okay, wir haben jetzt nochmal 5 Millionen Rübel geschickt. Jetzt logge ich nochmal um, dass wir dann sehen, wo wir genau stehen, hätte ich gesagt. Ich könnte euch das auch noch bei dem Druid hier. Der hat halt auch nochmal ein bisschen was im Postkasten. Das müsste ich vielleicht anders machen, dass ich bei, dass ich quasi den Druid nicht als Lagerchar für Cap benutze, sondern, ich habe ja genug andere Chars hier noch auf Antonidas, ne? Das ist nicht der Stress. Ähm, dass ich da noch ein bisschen, ähm, durchwechsel, weil Kleinbeträge nehme ich bei dem auch raus. Ich denke mir, über die nächsten Wochen, Monate kommen da bestimmt auch 100, 200K vielleicht zusammen, ne? Aber, dass ich da so ein bisschen eine Kapazität habe, wäre vielleicht ein bisschen schöner. So, das habe ich mir ausgerechnet, 15 Millionen. Da war, glaube ich, jetzt doch ein bisschen mehr drin, war teilweise doch eher 4 Millionen, ne? Also, 4 Millionen mal 4,5. Dann sind wir bei 18, ne? Minus die 14. Ja, dann sind es 4 Millionen plus, wenn es so Pi mal Daumen ist. Pi mal Daumen. Ähm, ich denke, ich denke mal so bei 3, 5, 4, irgendwie sowas müssten wir liegen dann. So, das haben wir auch noch rausgenommen. Dann haben wir jetzt folgenden Endstand. Hier 29. 29 Millionen 88. 29 Millionen 88. Und hier beim ersten Account dürfte es eigentlich nur knapp das Gold Cap sein, weil da ich ja da nichts auslagere. Ähm, 10 Millionen 182. 10 Millionen 182. Also, die Gewinne lage ich auf dem Account auf. Okay, es ist doch sogar doch ein bisschen mehr. 4,5 Millionen haben wir plus gemacht. Ist jetzt natürlich nicht so viel, wie wir jetzt letzte Woche hatten. Letzte Woche war eine gute Woche tatsächlich. Aber fast ein halbes Gold Cap in der Woche machen mit nebenbei ein bisschen Auktionshausverkäufen ist doch auf jeden Fall eine gute Geschichte. Jetzt sind wir bei 39 Millionen 270. Ich hatte ja gesagt, ähm, mein Ziel ist es so erstmal, weil ich gefragt wurde, wann hier wieder Waste of Money Geschichte kommt, dass ich mir wieder irgendwas kaufe oder so. Ähm, hab ich gemeint, erst ich werde mir nichts kaufen, bis ich 50 Millionen wieder hab, ne. Dass wir da so ein bisschen einen kleinen Puffer haben. 55 Millionen ist jetzt erstmal das Ziel. Und, ja, wenn es so weitergeht die nächsten Wochen, dann dürfte es ja vielleicht zwei, drei Wochen dauern, um da hinzukommen. Mal gucken. Eventuell. Ich habe ja gar nicht erzählt. Eventuell kriege ich Homeoffice die nächsten Tage. Vielleicht geht das durch. Vielleicht habe ich dann nebenbei ein bisschen Zeit zu reposten. Wer weiß, ne. Mal gucken. Dann dürfte ich vielleicht auch ein bisschen mehr verkaufen. Aber, mal schauen. Und, gut, okay, das ist jetzt soweit der Endstand hier. Knappe 40 Millionen sind wir jetzt. Das freut mich nach, wie viele Wochen hier haben wir angefangen. Äh, also das sind ja die Wochen von dem Add-on. Aber hier habe ich angefangen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen. Aus 1,4 Millionen haben wir hier, ähm, 40, ja gut, also das ist auf einem anderen Server, ne. Das muss ein bisschen anders zählen. Aber so nach, äh, nach sechs Wochen, ne, haben wir das Gold gut, gut vervielfältigt. Okay, das speichern wir ab. Wir sind durch mit dem kleinen Gold-Tagebuch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und, ja, dann sehen wir uns in der Woche wieder und schauen wir mal, was wir bis dahin so verkauft haben. Ich bin raus, Alter, bis zum nächsten Mal. Ciao.